Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldet 4058 neue Fälle, deutlich mehr als zuletzt. Zwar ist auch die Zahl der Tests gestiegen. Der Anteil der positiven Ergebnisse hatte sich zuletzt aber spürbar erhöht, auf mehr als 1,6%. Corona-Höchststand in Frankreich. Innerhalb eines Tages wurden mehr als 18.000 Neuinfektionen verzeichnet. Präsident Macron stellte die Bürger auf weitere Einschränkungen wegen der Pandemie ein. Im Raum Paris müssen bereits seit Dienstag alle Bars und Cafés geschlossen bleiben. TV-Duell der beiden Vizekandidaten im US-Präsidentschaftswahlkampf. Die Demokratin Harris und der Republikaner Pence stritten v.a. über die Corona-Politik. Harris sagte, die Regierung habe versagt und das Recht auf eine Wiederwahl verwirkt. Pence hingegen lobte Trumps Krisenmanagement. Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal startet. Er soll ein mögliches Versagen der Kontrollbehörden klären. Das deutsche Fintech-Unternehmen musste Insolvenz anmelden, nachdem Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Mrd. Euro bekannt geworden waren. Der Ausschuss will u.a. Finanzminister Scholz befragen. Unentschieden zwischen Deutschland und der Türkei. Das Testspiel in Köln endete 3 zu 3. Die DFB 11 verspielte 3-mal eine Führung. Der 3 zu 3-Ausgleich fiel in der Nachspielzeit. Das Wetter. Im Norden und Nordwesten meist dichte Wolken mit zum Teil kräftigem Regen und windig bis stürmisch. Im Süden trocken und teilweise auch Sonne. Höchstwerte 12 bis 19 Grad. 2 bis 19 Grad. 3 bis 20 Grad. Vielen Dank.